Und hier die üblichen Horten von Touristen. Ja, für Freitag, ohne Sehen, da waren wir los. Unser schönes krummes Holztor. So, hallo Freunde, ich bin's wieder, Michael Autoaktiv. Ich hab mich jetzt gerade mal aufs Fahrrad gesetzt. Freitagmorgen, Urlaubstag. Und fahr mal ein bisschen nach Lübeck rein. Und guck mal, ob ich ein paar Motive zum Fotografieren finde. Das Wetter ist zwar heute nicht der Brüller. Im Moment noch keine Sonne da. Aber gut, wir gucken mal, was sich machen lässt. Manchmal gibt's ja auch da schöne Motive. Auch bei schlechtem Wetter. Okay, wenn ihr Bock habt, da mal dabei zu sein, dann kommt einfach mit. Die Richtung geht's, los. Normaler Arbeitstag, Waldgebiet Blauerhof. Blauer Holz, Entschuldigung. Moment, nichts los. Okay, wir fahren mal. Schauen wir, was wir finden. Auf geht's. Hier im Wald, ziemlich dunkel im Wald. Aber gut, ist ja nicht schlimm. Knöpfelt ein bisschen. So, und von hier aus, habe ich da schon mal einige Fotos geschossen. Gibt sich natürlich an. Eine schöne Gerade. Die Richtung hin zu diesem hellen Loch hin. Aus tieferer Perspektive fotografiert. Macht immer was her. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Heute nicht. Jetzt geht's weiter in die Richtung. So, reichlich düster heute. Aber ist eine ganz interessante Stimmung hier im Wald. Macht auch Spaß. Ist so Richtung Volksfestplatz. Beziehungsweise ehemaliger Volksfestplatz. Findet ja schon ewig nichts mehr statt. Okay, weiter. So, Ende des Volksfestplatzes. Geht jetzt da mal runter. Fußgängerweg. Fahrrad geht auch mal. Ist ja nichts los. Fährt unter der Travenmünder Allee durch. Und dann kommen wir auf einen Friedhof-Gedenkplatz. Viele Toten des Krieges. Erst der Zweite Weltkrieg. Da fahren wir jetzt noch kurz hin. Eieiei. Eieiei. Ui. Du fiel wieder bei der Jo. Uuh. Da fiel wieder bei der Inuk. Und dann die Aufsträckung. So später mit Trin. Das war ein Grab eines Bekannten. In Lübeckers. Der Doktor Julius Leber. Es gibt auch die Doktor-Judis-Leber-Straße in Lübeck. 1945 hingerichtet. Das war die Aufmerksamkeit. Das war ein Leben für die Vorarläge. Der Doktor muss es auf den Strindas-Uppauchen. Erre backstory 봤 wurde. Null. Das war ein Mensch. Da fiel wieder. 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 Ableisen. Das war ein Bring. Das war ein Einfahrt für den Kschlange. So, ein Denkmal für die Gefallenen und hier sind überall Steine. Im ersten Weltkrieg 16 gestorben. Ja, und davon liegen hier einige. Ja, ein bisschen Blüterodentron noch. So, das ist nett. Ja, fahren wir weiter. Weiter die Richtung, da hinten steht noch ein Denkmal da. Die Richtung durch, sind noch ein paar andere. Dann hier noch ein Gräberfeld mit Gedenkkreuzen, die zum größten Teil beschissen sind. Und welche See sind die hier aus dem zweiten Weltkrieg? Dann kann man hier nochmal lesen. Fritz. Kadei. 46 gestorben. Georg Vossmeier. Jürgen Krämer. Eine gute Junge ist nur 20 Jahre alt geworden. Ja, so sieht es hier aus. Hier ein weiteres Feld. Ja, immer wieder beeindruckend. Wahrscheinlich lauter Kollegen, die eigentlich nicht in den Krieg ziehen wollten. Aber mussten. Aber mussten. Sonst hätten wir sie wahrscheinlich vorher schon abgeschossen. Ja. Aber wir hoffen, dass sowas nicht wieder vorkommt. Obwohl sich ja gerade im Moment ganz schön viele Spinner in der Gegend rum tummeln. So, das war das. Jetzt geht's. Woll fahren die Autos. Alte Hafenstraße, wie sie sich nennt, hier runter. Kommen wir wieder vom besinnlichen Teil ins derzeitige wahre Leben. Ich bin auch elfter schon mal hier, weil man schön gemütlich in aller Ruhe spazieren gehen kann. So besinnlich, gut zum Entspannen. Und da habe ich natürlich schon einige Fotos geschossen, die ich dann zwischendurch vielleicht nochmal zeige. Dabei war auch dieser Kollege, der Helm hier. Also den blende ich dann mal ein. Okay, und jetzt geht's weiter. Bleibt mal dran. Ja, und dann gibt's hier überall so Bäume, wo die einseitig so weiß gestrichen haben. Was ist das? Ich habe es noch nicht rausbekommen. Wer es weiß, schreibt es mal in die Kommentare. So, jetzt wieder ab in die Hektik. Ja, rein ins Getummel. Jetzt kommen wir so ein bisschen in den Hafenbereich hier. Lübecker Hafen. Hier unten gibt's ja die größte Bäckerei hier im Umkreis. Bäckerei Jülle. Und hier so der zweitgrößte Müsli-Hersteller, den es auch gibt auf der Welt. Der dann für die ganzen Supermärkte das Zeugs herstellt mit den Eigennamen. Aber auch unter eigenem Namen handelt. Der befindet sich hier hinten drin. Oh, jetzt muss ich aufpassen, damit wir nicht geblitzt werden hier. Da können wir 50 fahren. Ups. So, ich befinde mich hier auf der Brücke der Nordtangente. Von hier haben wir eigentlich einen tollen Blick auf Lübeckskirchen. Jetzt ein bisschen grafen. Macht natürlich ein schönes Bild. So, andere Richtung Trave aufwärts. Nicht Aufwärts. Abwärts. Ich mache jetzt mal ein paar Bilder. Es fehlt schon ein bisschen die Sonne, aber okay. Wir versuchen es. Oh, das ist ein Lärm hier echt. So, jetzt fahren wir wieder ein bisschen. Mal gucken. Super, super, echt. Ja, dann ist dann hier die Firma Brücke. Da steht es auch dran. So, hier mündet der Lübeck-Elb oder Elbe-Lübeck-Kanal in die Trave. Da kommt so ein Elektro-Pötchen. Hier hinter mir Café Bar Celona, also Bar Celona. Schöne Location, liegt gut. Ja, da drinnen liegt ein schöner Holz-Dreimaster. Aphrodite. Kenne ich gar nicht, das Ding. Und daneben der Nachbau. Die Lisa von Lübeck. Ja, wird scheinbar gerade saniert. Jetzt steht ein Gerüst vor. Und da hinten die Marina von Lübeck. Mit den Media-Docs. Okay, jetzt geht es da weiter. Da geht es weiter. Dann bleiben. Und dann gucken wir es jetzt mal an. Und dann gucken wir uns das mal an. Dann gucken wir uns das mal an. So, ich stehe mal das Fahrrad ab und fliege das Fahrrad an, das ist gar nicht gut. Das ist ja schlecht geworden. Wie das für die Unbex-Rübel ist, hat so lange genug gedauert. So, da ist der Teil vom Museumshafen, da liegen einige Schiffchen, alte, gebrechliche, äh gebrechliche nicht, werden alle noch genutzt. Kann man teilweise auch mieten, buchen oder so. Wenn man als Einheimiker durch so die Stadt läuft, hat man natürlich fast alles schon gesehen, kaum noch Motive. Aber wenn man die Augen aufhält und ein bisschen vom Weg abkommt, finden wir immer was. Aber auch so Schiffe wie im Hintergrund da hinten zu sehen jetzt, da finden wir immer Motive. Also da ist immer was zu fotografieren. Hab ich auch gemacht, werde ich euch dann zeigen. Ich hoffe, dass sowas vorbei ist. Das ist die Kunst auf der Bucke. Auch von hier aus hatte ich natürlich schon einige Bilder gemacht. Ja, schon Wahnsinn, was sich hier an Tories rumtreibt. Am Freitag, einer normalen Woche. Muss natürlich dazusagen. In einigen Bundesländern war gestern Feiertag. Die sind schon immer alle hier. Wenn du so guckst, dann denkst du schon, hört gleich um. Wie schief das Ding ist. Ja. So verdreht so. Ja. Und runter, es hält noch ein bisschen. Da der Elektrobrotverleih. Hier hatte ich beim letzten Mal Schluss gemacht. Dann geht es von hier aus mal ein kleines Stück weiter. Ich fahre mal Richtung Dom. Ich geh in Kirche. Mal sehen, da werden wir auch noch ein paar kleine Sachen finden, die ich fotografieren kann. Vielleicht mal ein paar schöne Türen. Wir schauen mal. Weiter geht's. Man hofft auf die großen Geschäfte. Aber es kommen wie noch Tour ist. Jetzt kommt der Malerwinkel. Der Malerwinkel. So, hier sind noch die Balken der auskragenen, des auskragenen Geschosses gemalt. Sehr schön. So, das sind noch schön sanierte Häuschen hier, oder? Macht auch was her. Und da ist direkt der Attrabe. Diese Tür habe ich schon mal vor einiger Zeit fotografiert. Habe ich glaube ich auch bei Instagram hochgeladen. Könnt ihr mal reingucken, ob ihr sie findet. Die zwei Spitzen, Kirchturmspitzen, sind der Dom. Und das ist so, dass wir auf was. So, dass wir dann auch noch eine der Wir sehen uns jetzt. Das ist doch gerade so. Wenn es so geht, dann sind wir auf den Platz. Aber ich habe dann die Handeln. Ich denke. Das ist ja so. Ich glaube, wir haben einfach mal draufgelegt. Das war so. Das ist ja so. Hier ist man ein Stückchen weiter vor uns, diese blaue Tür, grau-weiße Tür, mal ein Stück weiter vorne noch mal und ein Stück weiter vorne noch mal. Wir haben hier eine kleine Schreiner. Und da stehen mal wieder Gerüste dran. Aber gut, ihr seht ja selbst, steht ordentlich schief das Teil. Ich zeige euch gleich mal, da unten sind noch so Markierungen alle rissen angebracht. Die werden ständig überprüft, ob das Ding sich weiter bewegt. Wird es wahrscheinlich tun. Tja, und da leider noch Corona-Zeiten haben, konnte ich den Dom nicht rein, ich habe den Mundschutz vergessen. Okay, ich kenne ihn, ich zeige ihn euch dann beim nächsten Mal. Okay, wir gehen dann andere Sachen uns angucken. Bleibt mal dabei. Tja, da hinten seht ihr die Kirche im Hintergrund. Ich versuche jetzt trotz schlechten Blätter mal ein Bild zu machen. Ich werde es euch zeigen. Okay, auf geht's. Tja, hier vorne ist ein Denkmal für Heinrich den Löwen. Der Kollege hat Lübeck wieder gegründet im Jahre 1159, glaube ich. Tja, hinten hat man schön einen Zaun. Bauzaun vermutlich, verkleidens. Mit lauter Personen des öffentlichen Lebens. Ne, mit Personen wie du und ich. Mal gucken, was geht hier. Hanse-Kultur-Festival. Ah ja, okay. Ich denke mal, wird dir dieser ein bisschen ausfallen. Schade, war immer schön. Andere Jahre haben auch schöne Feste. Vierter bis 6. Juni 2021. Ah, schön. Einen Tag nach meinem Geburtstag. Gut, dann bis im nächsten Jahr. Dieser Anbau des Doms nennt sich das Paradies. Letzte Woche war es noch beöffnet und man konnte es sich noch anschauen. Heute ist es leider geschlossen. Fegefeuer. Da. Wenn du also hier im Dom kirchlich nicht brav bist, geh jetzt geradewegs über diesen Weg ins Fegefeuer. Interessante Figuren drauf. Wenn ich mich mit dem Internet mal schlau machen, was das für ein Haus ist. Da wäre der Kollege Statius von dir. Den, was da an Plakaten dran ist, soll sich auswählen, wenn sie Frauen auswählen. Wir sind jetzt hier in der Mühlenstraße, Lübeck. Die rechte Geschichte hier für heute mal ab. Wir haben, glaube ich, genug gesehen. Vor allem wird der Film der Erf, sonst viel zu lang. Ich nehme euch ein andermal nochmal mit. Lübeck gibt so viel zu sehen. Da kann man ruhig noch zwei mal losfahren. Ich denke, wir sind gar nicht auf das. Aber okay, das war's für heute. Blatt gelassen. Gebt mal einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal. Verpasst da absolut nichts mehr. Und wir sehen uns irgendwo aus Deutschland. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Micha. Ciao, ciao. Sollte ich noch was entdecken, zeige ich es euch noch. Tschüss. So, hier haben wir noch die Höchststraße. Das ist die Einkaufsstraße für Kleinigkeiten und ordentliche Sachen. Wie man sieht, ist es voll. So ist, kennen es auch schon. So, hier die Merilu. Ist, glaube ich, ein Hotelschiff. Da steht sie auf Fluss. Hotel und Flussreisen. Ich glaube, Flussreisen macht er noch gar nicht. Aber eine schöne Location finden. Unterguckst, oder? Passt. Du guckst mal aufs Wasser. Guck mal, unterste Reihe ist ein Zimmer dran. Du guckst gleich hier aufs Wasser. So, ich schalte euch mal hoch. Guck mal. Ein paar Plätze sind drauf und voll. Touristen sind unterwegs. Unglaublich. Aber wahr. Und das war's. Guck mal auf. Ach� creators. sen satt你的 gluc拠uen. Test trig. Aus zum. Fest trig. x Sattred. VergBR capacidad. Schraif vidéo. BS. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.